Im Innenraum bis zu 1000 sogenannte Drill Girls, die hier mit riesen Luftballons uns einen schönen Anblick vermitteln. Und hier läuft der Countdown. Und achten Sie bitte dann auf einen Mann, der in einer Mondfahreruniform erscheinen wird. Er heißt Bill Cuter. Und er wird mit Trägerraketen in einem über 100 Pfund schweren Rucksack gleich im wahrsten Sinne des Wortes einfliegen. Mit diesem Feuerwerk beginnt die Eröffnungszeremonie im Koliseum zu Los Angeles. Also der Mann, der tatsächlich fliegen, wie Sie das vielleicht schon mal in einem James-Bond-Film gesehen haben. Das Ganze dauert aber nur knapp 20 Sekunden. Es ist ohne Trick und doppelten Boden. Ich habe das am Donnerstag bei der Generalprobe gesehen. Es ist kaum zu glauben, aber auch das ist Amerika 84. 150 Fanfarenbläser. Sie können es im Moment nicht sehen. Am Himmel ziehen Flugzeuge auf mit Schildern Welcome. Willkommen also, 23. Olympiade, so heißt es hier in verkürzter Form. Auch ein Zeppelin mit dieser Aufschrift kreuzt jetzt üppischen Spielen willkommen. Inzwischen hat der sogenannte Raketenmann schon Aufstellung genommen. Moment, ich darf, wie gesagt, das alles ist echt und ohne Trick. Ein Riesenjubel hier, das war man. Am Fernseeschirm übertragen vom Festfernsehen. Hier wären Sie herzlich begrüßt worden. Aber nun die Mannschaft aus der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Mannschaft mit dem Fahnensträger Willi Kuhwein. Herr Willi, Deutschland erfolgreichster Siegner aller Zeiten. 64 und der Golf, der 15. Klasse, 72 Porte, den Nählen, Stabo und war Welt- und Europameister. Dann eine 5. Olympische Spiele. Er oder Rainer Klimke sollte die Fahne tragen. Ja, es gab also eine ganz lustige Auslosung. Die Vertreter aller Sportarten waren dazu aufgerufen, eine Wahl zu treffen. Die Abstimmung fiel 9 zu 9 aus. Und dann wurde eine Quartermünze, das ist die 25-Cent-Münze, hier genommen und geworfen. Und die Wahl traf Willi Kuhweide. Ich meine, eine glückliche Wahl. Rainer Klimke wäre genauso glücklich gewesen. Man nimmt den Willi ja seit Jahren auf den Lucky Willi. Den Seglerkreis. Und das hat sich hier gut gesagt, wie der Mannschaft. Ja, Heide, nun kommt auf Sie die leichte oder schwere Ausgabe doch mal unsere Medaillen-Hoffnungen zu werden. Ja, unsere Medaillen-Hoffnungen sind also auch nicht so gering. Es ist natürlich immer schwer, so etwas vorherzusagen. Aber wie gesagt, Hoffnungen heißt ja nicht unbedingt, dass wir auch das schaffen müssen. Das ist keine Bedingung. Ich weiß nicht, ob unsere Medaillen-Kandidaten überhaupt hier mit einmarschieren, aber ich nenne sie trotzdem mal in Boxen zum Beispiel den Peter Hussing, der eine sehr gute Auslosung hat. Und bye-bye, bye-bye, auf Wiedersehen! Wir sehen es, die Begegnung hat noch nicht begonnen. Westdeutschland, wie es hier häufig genannt wird, gegen Spanien also. Und es ist in der Tat ein sehr, sehr bedeutsames Spiel, wie man überhaupt sagen muss, dass keines dieser Spiele hier unterschätzt werden kann, in der zunächst von vielen als vermeintlich leicht angenommenen Gruppe. Aber einige Experten haben darauf hingewiesen, dass hier doch starke Gegnerschaft auf die Deutschen trifft. Und das haben sogar die Koreaner bewiesen, die hier vorher spielten gegen Dänemark. Dänemark von den meisten Experten als Final-Favorit angesehen in der Gruppe der Deutschen. Aber Dänemark hatte große Mühe gegen eine quirlige koreanische Mannschaft. Am Ende gab es nur ein 31 zu 28. Und die Zuschauer, sie waren durchaus begeistert von der Art, wie die Koreaner den Ball führen, ihre enorme Schnelligkeit umsetzen, von ihren Harpunenangriffen. Und das ist ja überhaupt ein Phänomen, wie Handball hier in den Vereinigten Staaten ankommt. Man hat ja in den Zeitungen und auch sonst im Fernsehen versucht, das Ganze den Leuten näher zu bringen. Denn das wussten sie ja nicht, dass es sich hier um eine Mannschaftssportart handelt, Handball. Das ist ja so etwas Ähnliches fast wie Pilota. Und bisher kann man wohl sagen, dass dieses Handballturnier eine Werbung war für den Handball-Sport. Und die Damen haben ja gestern Abend auch bewiesen, mit ihrem Erfolg gegen China, dass hier ein großes Potenzial selbstverständlich vorhanden ist. Sie sehen hier eingeblendet die Gruppe der Deutschen. Und man kann wohl zufrieden sein, dass es diesen Sieg letztlich dann doch gab gegen die Gastgeber, die sich ja hier immer wieder zu steigern wissen. Und die Begeisterungsfähigkeit ist ja nicht zu unterschätzen. Hier sehen Sie die deutsche Mannschaft eingeblendet. Nicht dabei sein wird heute Michael Roth. Das heißt, hier ist er eingeblendet mit der Nummer 7. Wir müssen also abwarten, ob er aufgeboten wird. Aber mir wurde vorher gesagt vom Bundestrainer, dass er wohl wahrscheinlich nicht spielen wird. Und ja, die große Frage ist, Erhard Wunderlich, er hatte enttäuscht. Das muss man wohl ohne weiteres sagen. Gegen die Vereinigten Staaten wurde wohl nervös, nachdem er einen Kilometer verwarf. Und dann noch einen weiteren völlig freistehend. Also besseres kann ja einer Mannschaft nicht passieren, als dass der Gegner drei Strafwürfe hintereinander verwirft. Aber bislang hat die Mannschaft von Simon Schobel noch kein Kapital daraus schlagen können. Konzentriert. Ja, da hängen sich gleich zwei an den Spanier. Nehmen ihn in die Zange. Time out. Und die Uhr läuft wieder. Fünf Minuten, fünfzehn Sekunden, sieben zu fünf für Spanier. Das war nun Stürmerfaul. So, und nun muss mal vorn was passieren. Wunderlich ist wieder auf der Platte. Er kann gleich werfen. Oh, das war eine Position, aus der früher doch ohne weiteres abgezogen hätte. Zwei Minuten für den Mann mit der Nummer acht, für Uriah. Und zwar ist das seine zweite Zwei-Minuten-Strafe. Die Frage stellt sich wirklich, ob Simon Schobel nicht doch bald einmal Michael Powell bringen sollte, der ja mit seinen verzögerten Sprungwürfen immer wieder in der Bundesliga für Furore sorgt. Und hier ist er. Die Antwort ist da, im Rückraum. Und jetzt für Neitzel eingesetzt, der hat da seine Ruhepause. Wunderlich bleibt also in seiner Einspieler-Funktion. Jetzt kommt er mal zu Powell. Erster Versuch und Tor. Na bitte. Michael Powell von TV Großwahlstadt. Zwei.